Und los geht's. Ist mir warm, leckt mich am Arsch. Ich glaube, so langsam habe ich echt Bock bekommen mir mal die Serie Sword Online anzuschauen. Ich müsste leider nicht gestehen, ich spiele Spiele, obwohl ich die Serie gar nicht geguckt habe. Woah Musik. Da 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 wo ho 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 ho. Ha ha ha. Alter. Halt. Ich glaube, da mache ich doch mal ein bisschen meine Schusshauffe gebrauch. So. Ich habe jetzt doch mal ein kleines bisschen die Musik runter gedreht. Ich hoffe, du hörst dann überhaupt noch was vom Spiel. Was für ein Bug ist denn aufgetreten? Ich habe jetzt einen Kuss in den Kuss. Ich habe jetzt einen Kuss in den Kuss. Ichi! Mann, die Slicia, was macht die? Oh, das verdeckt doch nicht mit deinen Beinen deinen Schwachpunkt. Oh, oh, Granate. Komm, jetzt machen wir doch mal ein bisschen Nahkampf-Action. Oh. Yeeha. Done. Ja, geil. Und eben durchgeschlagen. Und erledigt. Was um Gatling-Geschütz? Uh. So. Achtung, ich habe wieder den Ton vom Spiel ein bisschen hoch gedreht. Halt sie nicht wundern? Was, das waren wir jetzt gerade werden im Kopf. Echt ein bisschen arg laut. Ne. Okay. Okay, von der Höhle der Relikt öbnerst du den einsamen hier. Ja. Ja, mach mal. Loll. Okay. Ja, gut. Hast du das Spiel auch auf der Playstation oder hast du Sword Art auf dem PC? Was soll ich jetzt hier machen? Oh. Oh. Geil, ich habe da hier so Befehls-Menü. Geil. Gut zu wissen. Ja. ja wusste ich gar nicht dass es das auf die xbox gibt war nicht schlecht so wir sehen das ja bevor ich zurückgehe schaue ich mir erst mal ein bisschen hier um blöde skorpion blöde skorpion schau mal ob es ein ende der welt gibt oh hier ist wasser da kommen wir nicht weiter oh die kämpfen da oben und hier ist auch ein gegner ja klar ganz entspannt hier ja 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 Beziehungsweise aber zumindest diesen schwarzen Anzug, so einen ähnlichen habe ich gesehen bei der, bei der, na wie heißt sie nochmal, der Freundin von Kirito. Komm schon, ich stirb. Uh, die sind fast alle tot. Ich glaube ich haue ich haue lieber ab. Wollen wir schnell durchgucken ins Level angucken, aber ansonsten. Uh, Gegner, ganz viele Gegner. Uh, shit. Oh, da ist ne Kiste, die will ich haben. Wohooo. Wohooo. und schnell weg 3 level ab 3 level ab läuft es hat sich gelohnt unterstopp freigeschaltet ohne zu schießen ja ist es nicht irgendwie der sinn des spiels zu schießen aber auch nicht schlecht so muss ich dann hin jetzt Dette te re tette dette de Dette te te tette de turned Rieska, Master hat die Fielde-Boss gut gemacht. Das war gut, Leih-chan. Master ist ein bisschen anstrengend. Master hat die Fielde-Boss zu machen. Aber es gibt auch die Fielde-Boss der Fielde-Boss. Natürlich. Der Fielde-Boss ist größer. Ich denke, dass wir hier ein Gefühl haben. Aber diese Welt ist ein cooles Ziel. Ich denke, dass wir so gut sind. Wenn wir es schaffen können, dann können wir es nicht. Aber wir haben solche FIELD-BOSS-BOSS, Ja, wenn zu einer Anfängerung der Bewerfer kommen, dann wird es etwas Glück sein. Damit müssen wir steigern, über die neue Erdbewegung von S.B.C. der Flügel geöffnet werden. Ich habe auch den Garten, was der Master das generiert. Ich bin auch der Fielde Boss von der Kotaanbote, der in der Flügel-Boss auf der Flügel-Boss. Oh, das ist das. neue quest die feinde überfahren geht natürlich auch nicht der schon wieder schweigstalko Ich habe mich nicht verändert, weil ich nicht zufrieden bin. Ich glaube, dass ich eine Verstehung des Agility ist. Ich kann mir nicht mehr verstanden sein. Ich denke, dass ich... Das habe ich nicht gehört. Aber wenn ich meine Verstehung stets wiederholen muss, Ich habe das Gefühl, dass ich nicht so richtig verletzene Worte verletzene. Ich habe das Gefühl, dass ich es nicht so gut verletzene Worte. Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht so gut verletzene. Ich habe das Gefühl, dass ich einen Typus aus dem Schiff aus. Ich habe mich wirklich nicht offen, was ich. Ich habe mich schon gesagt, warum ich das? Wissen ist... Ich habe mich wirklich nicht wissen, was ich. Ich habe mich ein bisschen interessiert, wenn ich mich mit Kirito komme. Ich habe mich nicht auf die Arbeit zu stellen und mich überlegen, was ich da nicht wichtig. Ich habe mich nicht ausgewählten, wie ich mich habe. Ich habe mich nicht zufrieden, wie ich es da. Der Typ ist echt creepy. Ja, okay. Okay. So, um. So. So, ich habe auch einen neuen Lobungsring bekommen. Mal gucken, was der so kann. Giftwiderstand. Ja, ist jetzt nicht alles so spannend. Intelligenz, LP Wiederherstellung. MaxLP über eine Minute wiederhergestellt. Bewegung, Bewegungstempo, Nachladetempo. Aktivität. Das ist meine deutlich besser. Weil die Hornbrille nicht so geil ist. Vielleicht kann ich ja die nochmal gegen den zweiten Verlobungsring austauschen. Ne? Hm, das hat meine Hornbrille. Bewegungstempo. Aufmerksamkeit beim Hocken. Optische Abwehr. Äh. So, auf welchen Schwertkämpf macht das eigentlich schon Sinn. Hm. Können die doch jetzt auch nochmal so einen Verlobungsring nehmen. Hm. So, jetzt habe ich zwar so eine komische Augenklappe, aber naja gut. Welches Girl hast du genommen? Wobei gelaufen. Nein, ich will nicht kaufen. Verkaufen. Hm. 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 Weeeeee! Oh! jetzt verkaufen mal jetzt brauche ich hier kann ich einiges verkaufen damit also so es 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 Ja, Manni, 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 Manni. Manni, Manni.